... richten sich nach ihrem Patrouillenführer aus. Heute zeigen wir Impressionen mit Rauch und Fahnen. Das Defilet mit drei Patrouillen und am Schluss der Vorbeiflug der Schweizer Fahnen. Und das alles am Montfrenzschirm. Unsere Springer landen dann nach dem Überflug der Krete weiter unten in Klinikau. Wir sehen uns hier im Klinikau.